Hitradio FFH präsentiert die wilde Welt der Alltagstiere. Kuckuck! Hi! Hier sind wieder Königspython 73 und Echse, eure Tierfluencer. Heyo Leute! Was geht? Heute möchten wir euch mal ein heimisches Tierchen vorstellen. Ja man, die Rede ist von der Made in Germany. Die Made in Germany, auf Englisch Made in Germany, ist ein klassisches Nutztier. Man kennt sie auf der ganzen Welt und weil sie so fleißig und umtriebig ist, ist sie voll beliebt. Hey, jetzt aber mal Real Talk. Die Made in Germany hat schon bessere Zeiten erlebt. Sie muss sich gegen andere Tierchen ihrer Gattung durchsetzen, die sich bei uns in Deutschland vermehrt ausbreiten. Man kann sie zum Beispiel sehr leicht mit der Made in China verwechseln. Doch die Lebenserwartung der Made in China ist bei weitem nicht so hoch. Unsere Made in Germany hingegen hält nichts in Deutschland. Es zieht sie hinaus in die große weite Welt. Aber so ist das halt mit Exportieren. Das war's dann auch schon wieder, Leute. Lasst uns gerne noch ein paar Likes da und abonniert unseren Kanal auf MoodTube. See you und denkt dran, reinschauen rentiert sich. Hitradio FFH. Tierisch gut.